Genschen Bachblütenessenz Genschen Bachblütenessenz, im Deutschen oft einfach genannt Gentian Bachblütenessenz, ist die Essenz Nummer 12 in der Heilkunde von Dr. Edward Bach. Gentian Bachblütenessenz wird gewonnen aus dem Herbst-Enzian, der auch genannte bittere Fransen-Enzian, auch genannt auf Lateinisch Gentianella amarela. Gentian Bachblütenessenz wird auch genannt die Glaubensblüte. Sie will helfen, aus einem zweifelten Gemütszustand zu kommen, zum Vertrauen. Genschen Bachblütenessenz ist also eine Blütenessenz, die helfen will, Pessimismus zu überwinden, negatives Denken zu überwinden, Selbstzweifel, Schicksalszweifel, schnelles Aufgeben bei Schwierigkeiten, Befürchtungen, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit. Manche Menschen sind sehr pessimistisch, sie sind voller Zukunftssorgen und Versagensängste. Auch das hat natürlich etwas mit Glauben zu tun. Wer immer das Negativste annimmt, der hat auch ein Glauben und zwar keinen positiven. Und so ist die Entwicklungsaufgabe für Menschen, die dieses negative Denken haben, dieses Selbstzweifel und Pessimismus und Versagungsängste, dass dieses Lernen, in eine positive Erwartungshaltung zu kommen, Optimismus zu bekommen und Vertrauen zu haben. Und auch Vertrauen zu haben, dass man auch dann weiterkommt, wenn es mal nicht so gut geht. Denn natürlich gibt es Konflikte, natürlich gibt es Scheitern. Aber daran wachsen wir. Gentien Bachblütenessenz hilft auch bei Skeptikern, die nicht enttäuscht werden wollen. Gentien Bachblütenessenz kann man, wie alle Bachblüten, mehrmals am Tag nehmen. Bewert hat sich zum Beispiel viermal am Tag, vier Tropfen aus der Pipette zu nehmen. Und dabei kann man auch eine Affirmation wiederholen, wie zum Beispiel, Ich entwickle Zuversicht. Ich vertraue dem Leben. Ich vertraue Gott. Ich lerne aus allem, was geschieht.